Hallo und willkommen auf meiner Seite. Mein Name ist Shalia Stevens-Bürsig und ich helfe Coaches, Trainer und Beratern, ihre Kunden online zu akquirieren und ihre Dienstleistungen online anzubieten. In meiner Arbeit höre ich immer wieder von meinen Klienten, dass sie sich zwei Dinge vor allem wünschen, in verschiedenen Phasen ihres Businesses. In der ersten Phase wünschen sie sich mehr Klienten und sie wünschen sich, dass sie sich einen Namen machen könnten. Sie bräuchten einen Experten-Status innerhalb von einer bestimmten Zielgruppe. Und in der zweiten Phase geht es darum für meine Klienten, dass sie zwar schon Klienten haben, aber die Umsätze stimmen nicht ganz genau. Sie suchen nach Multiplikatoren und Business-Modelle, die dahin führen und Strategien. Ich kenne eine Strategie, die beide Fälle abdeckt auf eine andere Art und Weise und deswegen möchte ich mit einem Angebot diesem Bedarf entgegenkommen, also die ich immer wieder von Ihnen höre. Auch E-Mails habe ich bekommen von Ihnen und auch Messages auf Facebook. Also deswegen weiß ich, dass es Sie auch interessiert. Und ich werde in Oktober die sogenannten Webinar-Konzept-Tage deswegen durchführen, wo ich diese Strategie lehre und wo ich diejenigen, die dabei sind, quasi an die Hand halte ein bisschen, Ihnen helfe mit Ihrer Implementierung und schauen, dass die Energie in die richtige Richtung geht und dass Sie schon, wenn Sie gehen, erste Schritte in die richtige Richtung machen, um diese Strategie zu implementieren. Diese werden stattfinden, nicht als Gruppenkonzept, sondern als Einzelkonzept an sogenannten VIP-Tage. Das heißt, wenn Sie an einem von diesen VIP-Tage dabei wären, würden Sie acht ganze Stunden mit mir arbeiten und im Nachhinein, eine Woche oder zwei Wochen später, nochmal ein paar Stunden, weil wir gucken wollen, wie sind Sie weitergekommen, brauchen Sie weitere Hilfe. Meine Zeit ist leider limitiert. Ich kann nicht mit jedem arbeiten, der sich wünscht, dabei zu sein und deswegen muss ich vorselektieren. Und ich wollte trotzdem schauen, dass ich möglichst viele Leute helfe. Und deswegen habe ich mir einfallen lassen, dass wir die sogenannten Strategiesetzungen durchführen. Das ist die Möglichkeit, mit mir kostenfrei eine Stunde Zeit zu verbringen, und zwar via Skype. Und wir werden in den ersten 45 Minuten Ihr Business ansehen. Wir werden gucken, in welcher Phase stecken Sie, was sind Ihre Wünsche und Ziele für die kommenden sechs Monate, für das kommende Jahr. Und wir werden auch schauen, was Sie bisher probiert haben, welche Blockaden es vielleicht bei der Zielerreichung gibt, etc. Und am Ende, in den letzten 15 Minuten, werden wir eruieren zusammen, welchen Weg oder welche nächste Schritt für Sie wichtig wäre, welche Strategie zu treffen könnte für das, was Sie erreichen möchten. Und wenn es passt, aber wirklich nur, wenn es genau passt, werde ich Ihnen empfehlen, an diesen VIP-Tagen mit mir weiterzumachen. Das heißt, wir fokussieren auf Ihr Business zu Beginn und am Ende prüfen wir, ob wir zusammen weiterarbeiten oder nicht. So, und weil ich nicht jeder nehmen kann, auch nicht für die Strategie sitze, und ich habe 20 Termine genau für die Einzelgespräche, habe ich gedacht, fair ist es, dass man einfach mal sich bewirbt. Deswegen, wenn Sie sich hier anmelden, werden Sie zu einem Bewerbungsbogen geführt. Dort geben Sie mir ein paar Insights über Sie, über Ihr Coaching, über Ihr Training, über Beratung, über Ihr Business, was Sie vorhaben, wie Sie denken, etc. Und dann werde ich schon eben gucken, ob Sie sogar glücklich sein werden und in Frage kommen für diese 1 zu 1 Strategiesitzung oder nicht. Das ist der erste Bewerbungsschritt und im Nachfolge werden wir gucken zusammen, ob das weitergeht oder nicht. Also, das Angebot habe ich gemacht, weil ich wirklich möchte, dass Sie Erfolg haben. Und ich weiß für mich persönlich, dass die Tatsache, dass ich einen Business Coach habe, und ich eine Marketing Mentorin habe, die mir ebenfalls unterstützen, mich sehr, sehr viel weitergebracht haben in den letzten 9 Monaten. Und diese Option möchte ich Ihnen auch geben. Ich weiß, dass es auf dem deutschsprachigen Raum sehr wenig solche Angebote gibt. Und mir liegt es sehr am Herzen, Ihnen da weiterzubringen. Ich freue mich, wenn Sie sich anmelden. Und falls Sie mehr wissen wollen, es gibt jede Menge Texte auf dieser Seite, die Sie noch nachlesen können, wo Sie das nochmal klarer hoffentlich präsentiert bekommen. Also, danke und tschüss.